Ich glaube, dann mache ich das, glaube ich, mal anders. Ja, Mann. Von hier. So. Und hier hocke ich mich hin. Das ist die perfekte Taktik und dann kann ich nämlich sofort abhauen. Polizei abhängen und Security abhängen und jetzt muss ich noch 50 Sekunden warten. Ein Taxi. Okay. 29 Sekunden. Kommt der jetzt zu mir und meint mich damit oder was? Ja, mache ich das halt so, ne? In aller Öffentlichkeit. Ja, warum nicht? Schnell weg hier. Deshalb Motorrad, weil ich damit schneller bin und ich kann besser im Kurven fahren. So. Wisse. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier reingefahren? Warten wir, bis das Auto da weg ist. Haben wir hier. Ah, nein. Wenn die Polizei jetzt kommt, bin ich richtig am Arsch. So schnell wieder hier runter. Ab auf die Hauptstraße. Ah, und Mission erfüllt. Bronze nur. Verdientes Geld 7000. Ich würde sagen, jetzt geht's für mich nach Hause. Ins Bettchen. Lester wird gewählt und jetzt brichen wir ihm von unserem Erfolg. Hey, ist fertig. Ich weiß, gut gearbeitet. All right, was ist das? Ich weiß, was das nächste Mal. Wir tun. Aber bevor das, ich muss euch sagen, was unser Investorium ist ein bisschen erfolgreich. Also, ich dachte, wir brauchen ein paar tangible Assetzen für Ihr Property. Also, wir haben eine Haus in der Vinewood-Hills. Ja, sicher, Mann. Whatever. Du besser über diese Sache. Und wir brauchen jemanden, um da zu leben, um Geld zu leben. Also, ein paar Leute werden deine Sachen in租. Oh, Scheiße. Das bedeutet, ich nicht mehr leben mit meiner verrückten Frau, Mann? Mann, ich weiß, was ich sagen, Mann. Oh, Mann. Nicht sagen, was. Es ist besonders, wenn ein Mann in einem Husten kommt zur Tür. Ah, ich bin schockiert. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Es ist dein. Nimm es. 3671 Wispy Mound Drive. So, Franklin hat jetzt eine Wohnung in Winewood-Hills. Dort kannst du deinen Spielstand speichern und dich umziehen. Ja, ich bin aber jetzt schon bei mir zu Hause im Haus. Yo! Handlungen in der Welt können Einfluss auf die Aktienkurse haben. Hier, das ist mein Haus. Komm ich da jetzt nicht mehr rein, oder was? Nee, Mann. Aber es ist mein Auto. Und mein Moppet stehen da. Oh, dann nehm ich mir die mal mit hier. Mach mal ein bisschen schneller, bitte. Hier gut? Äh, was haben wir denn hier? War das nicht auch schon für 100? Das ging aber schnell. Ja, mach mal. Ach so, ja, gut. Läuft bei Franklin, ne? Oh, fuck. Oh, come on. Komm mal, mein Gesicht, bitte. Ja, läuft bei denen, ne? Ja, läuft bei denen, ne? Mache ich. Gib mir mein Geld zurück. Dankeschön. So. Und jetzt geht's schnell dahin. Danke. Ja, läuft der im Moment, ne? Ach, guck mal, da war ein Fehler. Ich bin jetzt so geblendet von einem Fehler gewesen. Ja, ja, Raubüberfall, schön. Ja, ich bin jetzt so geblendet von einem Fehler gewesen. Dann gehen wir jetzt ein neuer Unterschlupf. Hier kennst du Fahrzeug Schwäche, nämlich nur in den Garage Packs. Alter Schwede, das ist ja ein dickes Haus. Da würde ich auch gerne drin wohnen. ja alter was eine aussicht dass mich hier rein schade geht nicht wer macht das stress so ich habe acht meine nachbarn tut mir leid jetzt kriegen wir dann auch angst wenn ich ja so ein bisschen rum schieße in meinem garten so jetzt muss ich erst mal das bett finden ist aber ein großes haus da geht es nicht rein da ist kein bett drin da auch nicht alter wo ist denn das bett bitte warte mal hoch ne unten unten ist das der kleiderschrank ist hier unten hier drin da ist der kleiderschrank da ist das bett so dann lege ich mich jetzt erstmal schlafen in meiner schönen neuen villa und dann würde ich sagen ja speichern und dann sage ich ciao bis zum nächsten mal leute